Die Vampir-Schwestern Dacaja und Silvania sind zurück. Boy, boy, boy! Und mit ihnen alte Bekannte. Diesmal haben sie keine Chance. Und neue Freundschaften. Es tut nicht weh. Das ist ja sowas von Obervampiro-Laktisch super mega geil. Krypt und Krax spielen im Bad Church Club. Da müssen wir hin. Nein. Weißt du, wer der neue Manager von Krypt und Krax ist? Dieter Bohlen? Es ist Xanto. Dirk Santor. Ich lass mir das nicht verbieten. Wie heißt du? Dacca. 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 Gehört mir. Die perfekte Vampir-Dienerin. Diesen Herbst dreht sich alles um große Gefühle. Er hat ein Lied für mich geschrieben. Was? Und jetzt ist Dacca verliebt. Das war nicht ich, das war Karl-Heinz. Ein düsteres Geheimnis. Ich fürchte, irgendwas ist faul. Etwas mit dieser Band vielleicht. So unheimliche Typen. Moodo ist total süß. Der ist nicht unheimlich. Findest du diesen Moodo jetzt auch so toll oder was? Dacca ist in Moodo verknallt. Und jede Menge vampirolaktischer Abenteuer. Dacca. 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 Fledermäuse im Bauch. Was haben Sie denn angestellt? Das blutet ja. Ich hab los. Die Blutwerte sind soweit okay, aber ihr Cholesterin ist zu hoch. Ab 16. Oktober im Kino.